Hallo, ich bin YouTube, willkommen zurück zu Let's Play World of Tranks. Diesmal klappt es hoffentlich. Diesmal klappt es hoffentlich, ja. Wir haben vor ein paar Tagen meinen Aufnahmen gemacht und die ist XL-Scheiße geworden. Und ich spiele hier wieder mal mit Tim und wir haben vor, mit dem VK301H zu spielen, um zu den Panther zu kommen. Und wollen wir unbedingt schaffen bis zum nächsten Update. Durchsuchten. Durchsuchten. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht relativ gut aus. Ja, aber das heißt nix. Na, hier. Du spielst mit mir, ja. Also mach dich ja was gefasst. Ja, zur Not stellst du dich als Schutzschild vor mich, ne? Ja, 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 das hättest du wohl gerne. Rechtsrum über die Brücke? Das ist immer eigentlich nicht gemacht. Wo willst du lang fahren? Den weiten Weg? Ja, eigentlich schon. Okay, ich fahr einfach hinter dir her und schieße dir gelegentlich mal ins Muniwaga. Ja, darauf freue ich mich und ich werde mich mal drauf einstellen. Du kannst dich auch auf etwas einstellen. Böse Gedanken, böse Pläne Planen. Was? Böse Pläne? Nehmen bleiben. Böse Planen. Loll, jetzt wird hier bei mir das Gras animiert. Jetzt zurück wollen. Früh. Ach ja, und ich hab'n... ...neinen neuen Motor ja drin. Ach, du hast... ...den zweiten oder drin? Äh, ich glaub' das nur zwei, ne? Der drei. Ah, ne, den besten hab' ich. Entweder 11.000 Erfahrungen? Ja. Mit 750 oder 56, eins und zwei, nirgends sowas, ne 50er-Zeit. Ne, das... Das war entweder... Ich glaub' ich mein' das war 750 oder 680, ich weiß es nicht. Äh, das gucken wir gleich nach. Äh, ich kenn mich auf der Map hier null aus, ich glaub' ich fahr mal hier lang. Ich fahr hier einfach hinterher, weil... Jawohl. Ich bis jetzt immer nur über die Brücke dann gefahren bin. Über die was? Über die Brücke. Über die Brücke. Nach Frankreich. Nach Frankreich. Nach Frankreich. 36 Panzerstunden. Oh. Über die Mars, über die Schelde und über den Reim. Marschieren wir siegreich in Frankreich ein. Oder rollen wir siegreich in Frankreich hinein. Vier weh. Was ist das für ein Perlenfluss? Das ist eigentlich eine chinesische, oder? Mir ist das egal. Also vom Style her, find' ich, das ist chinesisch. Ich weiß, ja, ja, ist's auch. Indochina, reiherfanzösische Kolonien, also passt los. Hallo, KV1, ich will auf dich schießen. Ich will hier mal so'n Rüli auf der Seite machen. Warte mal, da ist'n KV1. Hallo. Läu. Bleib da. Oh, T430. Sekunde, äh, darf ich? Schlimmere Beleidigungen als Arschloch auslösen auf YouTube? Äh, ja, ich werde hierunter mal mitscherwählen, aber... Das wird ja, glaub' ich, niemanden stören. Und scheiße! Die gleiche erste Schuss annehmen. Ich hab' sie nur grad' demonstriert. Ja, wie gut wir sind. Wie gut wir sind. Wahrscheinlich, wenn ich dann eben schießen will, dann hab' ich irgendwie dich. Aua. Dir geht's doch noch gut. Ja, ein Schuss ist zum Glück. Nee, das ist manchmal so, man wird abgeknallt, geht nicht durch, aber man hat irgendwie das Gefühl... Ja, es geht... Wow! Äh, da kommt ein bisschen was. Äh, 36er, 1, 5er... Ich glaub, wie viele sind wir hier nur? We need some help bitches. Ja, komm. Kletter ab. Wir können fahren. Kletter ab. Ja, da fahren wir mal zurück. Also, ich hab' jetzt ein ungutes Gefühl über den Krieg. Ey, das ist ein Storch, komm her. Ja, bitte, bitte, vielleicht... Oh, oh, der T4-M30 hat sich... T4-M80, äh, T4-M30 hat sich... ...erholt. Da würde ich jetzt nicht langfahren. Ich hab' heute gestorrt und ich hab's überlebt. Ich hoffe, die Artie hilft dir wenigstens ein wenig. Aua. Hat der wieder ein Schuss sich durch, dass es ja... Ich hab' in einen Reihen... Also, hier bau'nst ja nur alles. Okay, der ging durch, der auch. Jetzt hab' ich schon wieder einen Reihen gekriegt. Mir geht's grad nicht so... Schießt auf den Datter, nicht auf mich! Aua! Aua! Boah! Ich hab' nicht schießen! Aua! Aua! Der Rechtsschütze hat's Geist aufgegeben. Den Helich mal. Ja, für mich, ähm... Wurde ich leider etwas angekesselt, ne? Du wurdest... Oh, nein, du bist von uns gegangen. Wir alle sind grad hier tot, ne? Hey, malhin hab' ich noch einen getötet. Don't let me alone. Bist allein. Keiner's mehr bei dir. Alle hassen dich. Ach, da kommen noch irgendwas. TfNr. Was ist das? TfNr. Was ist das? TfNr. TfNr. Keine große Hilfe. Aua! Aua! Juhi! Juhi! Alter, weh, da steht noch irgendwas. Nein, nein, da fahr' ich nicht lang. Fahr vor TfNr. Genau. TfNr. 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 Gute, das sieht sicher aus. Ah, der hat eine schöne Karte. Woa! Achso, das war die RT. Hat der Ex-Sie. Ja, unsere Röderding. FNr. FNr. Gut. So. Ich würd nicht vorfahren. Äääähm... Kann man jemand vorfahren? Freiwilliger? Freiwilliger an die Ostfront. Freiwilliger. Ich glaub, unser Base sind verlohend. So, unsere Base sieht verloren aus. Oh, gib einfach Gas. Gasgräben ist meine Spezialität. Vor allem hat es dem Zimmer einmal nicht gefallen, als ich da meinen Feuerzeug aufgeladen habe. Und mit der Gasflasche darum gefuchtelt habe. Ja, was würdet ihr sagen, wenn neben euch irgendjemand sitzt, ja, der ein Feuerzeug und eine Gaspatrone in der Hand hält. Und besonders der die ganze Zeit am Feuerzeug rumspielen muss. Ich muss nicht dran rumspielen, ich habe nur geguckt, wie schnell ich den Knopf drücken kann. Da hat sich mal gelegentlich im Hintergrund mal ein Bild in Flammen aufgesetzt. Jo, jo, jo. Zufälligerweise meine Haare. Alter, das hätte zu blöd irgendwie die Base zu deffen. Ähm, eher gesagt, wo sind die, um die Base zu deffen, ne? Die werden jetzt da hinten alle aufgehalten und ich mache hier eine Wandertag mit dem VK. Ist ja immerhin schön schnell an die 50 kmh. EW! Was ich überhaupt nicht mag, wenn ich irgendwo gegenfahre. Ich habe dir schon gesagt, dass ich dir die U-Labs-Dokumente am Dienstag gebe. Hm, aber das ist jetzt völlig uninteressant, oder? Äh, nein, das können alle nicht. Das können alle wissen, dass ich in den Urlaub fahre. Und jetzt hier runter. Jepi! Och Mann! Ach, wie war der noch runter? Niederlage. Wir haben die Niederlage gewonnen. Achso. Jepi. Ahje. Wir haben uns nämlich beide Premium besorgt. Wir haben uns beide Premium besorgt. Hm, besorgt, wir haben uns hochgeschlafen. Wir haben ein bisschen mit Support rumgequatscht und dann hat's Ping gemacht. Hm. Oh, jo. Was ist das für ein Name? F-95-87. Was? Wo, 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 wo? Äh. Der untere, der 38 in A. Ich habe mal einmal im Gefecht gesehen, der hat sich... Also, ich glaube, der hat einen Panzer IV gespielt und der hat sich Tiger II genannt. Doch warum nicht, äh, naja, äh. F-6. F-6. Den Anten-Daten da, wo du doch jemand mal gesehen hast. Achso, äh. Ja, fängt mit A an und fängt mit Dolph an. Ja, Hitolf Adler. Nämlich. Ja, fängt mit A an und endet mit Dolph. Ja, Hitolf Adler. Nachname, fängt mit. Ja, Hitolf Adler. Ja, Hitolf Adler. So. Ähm, Sekunde nicht. Oh, wir schaffen vermitteln, ne? Ja. Sekunde, da brauchen wir, glaube ich, so. Nein. 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 Okay. Okay, 5-6. Ach, Panzer IV. Fragen wir mal ein paar Leute, ob sie mit uns zusammen... Wo fahren wir denn lang? Ich glaube, wir fahren dahinter auf dem Hügel, ne? Wir fahren einfach gerade nur wer da aus, ne? Ach, ich nervte die T-34 ein wenig. Hahaha. Hahaha. Da fühlt sich jetzt auch so ein wenig verarschen, ne? Mhm. Und jetzt auch die Kanone entüber? Ja. Hahaha. Okay, komm. Alter, den haben wir sogar angehoben. Jetzt fahren wir. Ah, wir fahren recht auf dem Hügel hoch. Warte, warte. Warte. Ich fahr auf den Hügel. Ja, da hinten ist nur noch... Hügel ist ein viel geiler. Da hinten ist nur noch was, worauf ich schießen kann. Echt? Da kann ich auch drauf schießen? Was meinst du? Äh, jetzt nicht mehr. Wow. Oh ja, der Panther ist ein schöner Panzer. Jetzt ist da was, worauf ich schießen kann. Ja. Auch mein Sumo und I love you. Ich fahr mal nicht auf dem Hügel, bin ich viel zu faul für. Ich fahr mal nicht auf dem Hügel, bin ich viel zu faul für. Ich fahr mal nicht auf dem Hügel. Boah, das ist ein Fix, ein Fixes Schnitzel. Das ist Toast, Schnitzel da. Und der Wiener Schnitzel, ne? Hier. Ich verweise euch auf den Film Der große Diktator. Ich verweise euch auf das Buch Mein Kampf. Mein Kampf. Yes, lasst nicht schießen. Ich hab auch mir jetzt... Alter, wie schnell ketten die denn? Äh, es sind gar kein paar. Hallo Stok. komm schubs den hier erst mal runter denn er vor dir steht unterschubsen braun droh das ist ein Typ hier 34 9 maroder rossischer Stahl es gibt Grossen, Chinesen sehr gut das Chinesen essen doch eh alles da bleibt stehen stopp das ist mein Stück nein mein Stück Fick dich yes ja ich hab grad geschossen nappel es dauert mein Fußzeh und das interessiert keine Sau hey alter das war's ich hoffe ich stehe hier eisgalt einfach mal fast hier runter hab mir gesagt du sollst ihn runter schubsen also übrigens da drüben kommt ein Panther ne süß ja vollkorn 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 jetzt extra haltbar war nie alter wie der ES zurückfährt was ist josef stahl den vollkorn vollkorn fick dich was war's ne der ES hat nur was gesteilt fuck off jetzt wird der ES gesteilt so scheiße wie schnell geht denn das homos also heute ist schon wieder nicht mein Tag das ganze Wochenende das ganze Wochenende läuft bei mir schon alles scheiße ja aber jetzt läuft doch gut ne ja besonders da ich immer so schön sterbe ne so wie viel nur noch Prozent 40.000 von Zugte der Planung oder noch auch mir finden noch 38.000 400 nur noch ja weil ihr es hat jeder ist war durch wie durch Frankreich auch das sieht ja schön aus ich hab nichts gehört nichts gehört hab ich dich jetzt verängstigt? äh hallo? ich zittere gerade am ganzen Leib was willst du von mir hallo? hallo 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 hörst du mich? hallo nein ich hör dich nicht hallo 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 ah jetzt jetzt funktioniert es wieder halt ich hab mich grad verarscht gefühlt von mir? ja ähm weil ich hab dich die ganze Zeit gehört weil ich nicht ich nicht Ähm, äh, ja. Ich will den Sturter abpacken. Krieg, Krieg, Krieg. Wir wollen keinen Weltkrieg. Alle meine Adolfs schwimmen auf dem See. Bärtchen unter Wasser, Ärmchen in die Höhe. Nicht wahr? Ich hab grad keinen Plan, was du mit Bärtchen meinst. Bärtchen? Ja, alle meine Adolfs schwimmen auf dem See. Hallo, wenn du schon sagst, Adolfs. Bärtchen und Ärmchen. Also ich find keinen logischen Zusammenhang. Ja, ich glaub, dies war schon Bärtchen unter das Wasser, aber muss die Logik. Ach, ist uns alles egal.